Wenn du an deine Geschwister etwas vererben oder verschenken willst, dann musst du auch hier steuerlich einige Dinge beachten. Ansonsten kann sich das natürlich zum Nachteil auf das Vermögen auswirken. Was du bei einer Schenkung oder Erbschaft an die Geschwister beachten musst, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Solltest du das erste Mal deinen Weg zu Steuern mit Kopf gefunden haben, dann lass doch ein Abo da, vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und schau doch auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Dann verpasst du in Zukunft keine Steuernews, Steuertipps und Livestreams. Es kommt ja auch irgendwann mal vor, dass zum Beispiel die Eltern nicht mehr da sind und dann am Ende bloß auch die Geschwister da sind und man zum Beispiel selbst keine Kinder hat oder man ganz einfach den Geschwistern auch was schenken will, also der Schwester oder dem Bruder etwas schenken will und da gibt es natürlich auch einige Dinge, die man steuerlich beachten sollte. Doch was musst du da beachten und welche Regelungen gibt es dafür? Steuerklasse und Freibetrag. Zum Nachteil der Geschwister befinden sich diese nicht in der Steuerklasse 1, wie zum Beispiel Kinder oder Ehegatten, sondern in der Steuerklasse 2. Das hat natürlich eine Auswirkung auf den Freibetrag und auf den Steuersatz. Und zwar in diesem Zusammenhang ist es so, dass hier nur ein Freibetrag von 20.000 Euro möglich ist und die Steuerbelastung zwischen 15 und 43 Prozent liegt. Das heißt also, wenn du zum Beispiel ein Geschenk von 30.000 Euro zum Beispiel an deine Geschwister machst, dann musst du hier mit einer Steuerbelastung von 15 Prozent rechnen. Je nachdem wie das Vermögen natürlich steigt, so entwickelt sich natürlich auch der Steuersatz bis in die Spitze von 43 Prozent. Aber die 20.000 Euro sind natürlich alle 10 Jahre sozusagen immer steuerfrei. Dieser Freibetrag von 20.000 Euro ist aber nicht nur anzuwenden auf die Geschwister, sondern auch auf deren Kinder und auch auf die Schwiegerkinder. Weitere Freibeträge. Neben dem Hauptfreibetrag von 20.000 Euro hast du auch noch Anspruch auf einen weiteren Freibetrag. Hier natürlich den Freibetrag für Hausrat und bewegliche Gegenstände. Insgesamt nur 12.000 Euro. Die 41.000 Euro, die es in der Steuerklasse 1 gibt, auf die haben Geschwister, die Kinder der Geschwister und die Schwiegerkinder keinen Anspruch. Freibetrag für Pflege und Unterhalt. Neben dem Hauptfreibetrag und den weiteren Freibeträgen gibt es auch noch den Freibetrag für Unterhalt und Pflegebedürftigkeit. In diesem Zusammenhang hast du weiteren Anspruch auf einen Freibetrag von bis zu 20.000 Euro. Vorsicht, Vorerwerb. Ich habe es ja zuvor schon gesagt, der Freibetrag von 20.000 Euro kann ja alle 10 Jahre ausgenutzt werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann alle 10 Jahre diese 20.000 Euro ausnutzst, dann ist das kein Problem. Ist es aber so, dass du zum Beispiel immer mal wieder Schenkungen an die Geschwister durchgeführt hast oder von deinen Geschwistern Schenkungen bekommen hast und dann irgendwann mal der Erbfall eintreten sollte, dann muss man wirklich schauen, wann war die letzte Schenkung und dann sozusagen, wann ist der Erbfall eingetreten. Denn wenn ein sogenannter Vorerwerb vorliegt, das heißt in diesem Zusammenhang, dass du hier sozusagen innerhalb der 10 Jahre schon mehr als 20.000 Euro bekommen hast, dann ist das wie gesagt steuerschädlich und wirkt sich auf den Freibetrag dann natürlich aus und kann dann auch am Ende zu einer Steuerbelastung führen. Tarifbegrenzung für begünstigtes Vermögen. Ein kleiner Hinweis hier noch, es gibt hier eine sogenannte Tarifbegrenzung und zwar ist es so, dass hier im Falle von Betriebsvermögen eine sozusagen ein rechnerischer Trick angewendet wird, dass der Tarif steuerlich begünstigt ist, aber das natürlich nur bei Betriebsvermögen. Dementsprechend, das ist eine rein rechnerische Sache, also das würde sich dann sozusagen auswirken zum Vorteil des Erwerbers. Weitere Hinweise. Weitere Hinweise noch zum Schluss. Es ist so, dass steuerfreie Familienheim ist bei Geschwistern, dann den Kindern der Geschwister oder natürlich auch bei Spiegelkindern nicht möglich. Dann ist es aber so, die vermietete Immobilie, also sozusagen dieser 10% Abschlag ist hier schon möglich. Bei Betriebsvermögen ist es so, dass die Regelverschonung bzw. Optionsverschonung auch möglich sind. Der Versorgungsfreibetrag ist bei Geschwistern bzw. deren Kinder und Schwiegerkinder nicht möglich und das heißt, hier hat man wirklich ein sehr enges Korsett und am Ende landet man doch immer wieder bei dem Freibetrag von 20.000 Euro, dem Freibetrag für bewegliche Gegenstände und Hausrand oder natürlich auch noch in diesem Zusammenhang dann die Unterhaltsleistung oder Pflegebedürftigkeit 20.000 Euro. Das heißt, Geschwister sind nicht steuerlich begünstigt. Das heißt, wer an die Geschwister etwas ganz einfach weiterleiten will, der muss hier natürlich das wirklich über Jahre hinweg strecken, damit sich das natürlich steuerlich nicht auswirkt. Wie hat dir dieses Video gefallen? Habe ich was vergessen oder hat sich was geändert? Dann schreib es unten in die Kommentare. Lass einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht das Abonnieren und die Glocke zu drücken. Schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Roland und das war Steuern mit Kopf. Steuern sparen, wer Steuern plant.